Liebe Studierende, in der letzten Histologievorlesung möchten wir die Organhistologie zusammenfassen mit dem Ziel, dass Sie die einzelnen Schnitte besser erkennen können. Zuerst möchte ich aber betonen, dass in jedem Schnitt des zweiten Semesters auch die Grundhistologie gefragt werden kann. Jeder Schnitt enthält nämlich verschiedene Grundgewebe, die Sie im vorigen Semester schon gelernt haben. Zum Beispiel hier im Schnitt aus der Lippe können Sie sehen, wie viele Grundgewebe vorkommen oder in der Zahnentwicklung gibt es zahlreiche Grundgewebe auch, aber auch in den anderen Städten ist das der Fall und Sie müssen sich mit der Grundlage der Grundgewebe auch im Klaren sein. Wenn Sie zum Beispiel eine Struktur erkennen, Papiller, die Zahnpapiller, das reicht nämlich nicht den Namen der Struktur zu sagen, sondern müssen Sie auch bescheiden, aus welchem Grundgewebe die Struktur besteht und die wichtigsten Merkmale der Grundgewebe. Ostifikation zum Beispiel kann auch vorkommen, also das wäre ein Thema aus dem ersten Semester, aber kann auch jetzt vorkommen. In jedem Stich kommen auch Gefäße vor, verschiedene kleinere, größere Gefäße, Arteriolen, Drenolen, größere, kleinere Arterien, die auch natürlich gefragt werden können oder sehr häufig die peripheren Nervenquerschnitte, Fettzellen natürlich und auch häufig Lymphfoliken, die aus Lymphozyten bestehen und auch verstreut die einzelnen Lymphozyten können auch in den Schnitten vorkommen. Also Sie müssen immer damit rechnen, diese Grundgewebe sicher zu erkennen. Bindegewebe wäre auch ein Gewebe, das mit verschiedenen Formen vorkommen kann. In diesem Schnitt aus der nicht laktierenden Brustdrüse zum Beispiel können Sie das lockere Bindegewebe und das straffe Bindegewebe miteinander vergleichen und das ist auch relativ häufig ein Problem in der Prüfung, diese beiden Gewebe sicher voneinander zu unterscheiden. Im lockeren Bindegewebe sehen wir nämlich meistens verschiedene Formen von Zellen und die Phasern sind viel lockerer geordnet. Hier kann man allerdings auch zellreiche, faserreiche Formen voneinander unterscheiden, aber praktisch gibt es viel, viel weniger Phasern als zum Beispiel im straffen Bindegewebe, wo wir dichtgepackte Faserbündeln sehen, die stark Eosinophil sich anfärben lassen und zwischen den Faserbündeln sehen wir die Kerne der Fibrozyten. Also hier gibt es nicht so viele Zellformen. Bei der Erkennung der Schnitte müssen Sie zuerst nach einer sogenannten Hauptattraktion suchen, ob sowas im Schnitt vorkommt oder nicht und wenn Sie sowas finden, dann erleichtert das die Erkennung. Wenn Sie zum Beispiel dieses Schmerzorgan im Schnitt sehen, dann können Sie schon die Zahnentwicklung leicht erkennen und ich habe noch hier weitere Beispiele für solche Schnitte aufgelistet. Wenn das nicht der Fall ist, dann lohnt es sich nach einem Oberflächenepithel zu suchen und wenn Sie ein Oberflächenepithel sehen, dann geht es um ein sogenanntes Rohorgan mit Wandschichten und das kann man dann, dann hilft das bei der Zuordnung sehr viel. Bei Verdauungsstrakt zum Beispiel können Sie diese Wandschichten sehr gut voneinander unterscheiden und das Epithel hilft auch sehr viel. Also die verschiedenen Organsysteme sind meistens mit typischen Epithelien ausgekleidet, die männlichen Genitalwege zum Beispiel mit mehrereigem Zylinderepithel mit Stereozylien oder Atemwege mit respiratorischem Epithel. Wenn Sie aber kein Epithel sehen, dann geht es wahrscheinlich um ein Parenthymorgan. Parenthymorgane sind solche Organe, wo wir organspezifische Zellen in einem bindegewebigen Gerüst eingelagert sehen. Nieren, Nieren, Leber, die verschiedenen Drüsen sind gute Beispiele dafür oder die lymphatischen Organe. Wie können Sie weitergehen, wenn Sie zum Beispiel ein Rohorgan haben oder eine Epithelfläche sehen? Dann hilft natürlich die Klassifizierung des Epithelgewebes. Einschichtiges, mehrschichtiges Epithel kann das Epithel sein. Und bei den einschichtigen Epithelien nach der Form der Zellen gibt es natürlich auch mehrere Formen. Und bei den hochprismatischen, die zwei Gruppen, einreihige, mehrreihige Epithelien. Und hier hilft wieder, dass die Organsysteme dann mit typischen Epithelien ausgekleidet werden. Bei den weiblichen Genitalien werden Sie zusätzlich noch Kinozilien finden im Darmtrakt, Mikrovilli. Und das sezernierende Epithel ist für Magen, Zervix oder Samenbläschen typisch. Die Mehrreihigen können ebenfalls verschiedene Oberflächendifferenzierungen haben, die dann die Erkennung weiterhelfen. Und bei mehrschichtigen Epithelien gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Plattenepithelien mit unverhortem und verhormten Form oder Urothel oder das mehrschichtige hochprismatische Epithel. Und ich habe Beispiele aufgelistet für Strukturen, die mit solchen Epithelien ausgekleidet werden. Und sehr häufig sehen wir auch Übergänge in den Schnitten, Epithelübergänge. Und da muss man an Körperöffnungen immer denken, wo die Epithelübergänge am häufigsten vorkommen. Schauen wir uns einige Beispiele an. Also wenn Sie im Schnitt ein unverhortetes Plattenepithel sehen und dann außerdem noch Skelettmuskeln im Schnitt sehen, dann kommt eigentlich die Mundhöhe infrage, Zungenschnitte. Die verschiedenen Zungenschnitte können Sie auch so voneinander unterscheiden, was für Papillen Sie in den Schnitten sehen, ob Sie Geschmacksknospen in der Wand der Papillen sehen. Oder bei Tonsillar-Lingweis, wenn der Schnitt aus dem hinteren Bereich der Zunge ist, dann sehen Sie auch die aggregierten Lymphfoliker im Schnitt. Und hier kann ein weiteres Problem noch sein, die verschiedenen Tonsillen voneinander zu unterscheiden. Hier helfen die hier aufgelisteten Merkmalen. Wenn aber das unverhorte Plattenepithel mit glatter Muskulatur kombiniert ist, dann kommt entweder die Speiseröhre oder die Vagina noch in Frage. Bei der Speiseröhre sieht man sehr gut immer die verschiedenen Wandschichten, die man in der Vagina nicht so richtig sieht. Und eine weitere Hilfe ist, dass das Epithel der Vagina besonders hell erscheint und keine Drüsen im Schnitt vorkommen. Dann, wenn Sie Urothel sehen, das ist das Epithel für die Harnwege. Und wo kommen Harnwege vor? Auch im Nierenschnitt, in den Nierenkelchen oder im Ureterschnitt, Harnblasenschnitt und auch im Prostataschnitt, wo dann das Urothel aber in das mehr schichtige, hoprismatische Epithel übergeht. Wir sehen in den Prüfungen häufig, dass diese beiden Schnitte, die Harnblase und die Speiseröhre, verwechselt werden. Es liegt wahrscheinlich darin, dass im Speiseröhrenschnitt häufig die Schnittebene tangential ist und deshalb die Zellkerne der Plattenepithelzellen in der oberflächlichsten Schicht rund erscheinen. Und wir haben im Urothel ebenfalls runde Kerne in der oberflächlichsten Schicht. Aber wenn Sie die beiden Schnitte miteinander vergleichen, dann ist es sehr eindeutig, dass im Urothel diese Schimmzellen nur eine einzige Schicht bilden und im Speiseröhrenschnitt das Tratum planozellulare aus mehreren Zellschichten besteht. Und außerdem helfen noch die Bindegewebspapillern und auch die untenliegenden Wandschichten. Ja, es gibt kleine runde Schnitte, die miteinander vielleicht verwechselt werden können. Bei Ureter zum Beispiel sehen wir aber typisch das Urothel. Bei Appendix sehen wir die aggregierten Lymphfolike in der Schweihaut und auch in der Suchmukosa. Dann, ja, Mabelschnur ist eindeutig erkennbar mit zwei Arterien und einer Vene. Und es können auch Schnitte aus der Speiseröhre vorkommen, die Querschnitte sind. Aber die Speiseröhre ist wesentlich größer im Durchmesser als zum Beispiel Ureter oder Appendix. Also das sollte eigentlich kein Problem sein, diese Schnitte miteinander, also voneinander zu unterscheiden. Der Samenleiter sieht noch auf den ersten Blick ähnlich wie der Ureter aus. Aber der Samenleiter kommt im Phoniculus spermaticus vor und diese Struktur enthält noch andere Strukturen, nicht nur den Samenleiter. Und die Muskelschicht ist auch typisch hier. Ja, also nicht nur das Epithel kann helfen, sondern die Muskelschicht. Dort sind die Muskelzellen je nach Organsystem unterschiedlich gelagert. Bei Ureter gibt es immer außen die Ringsmuskelschicht und innen die Längsmuskelschicht. Und bei Samenleiter gibt es drei Schichten, innen, außen, verlaufende Muskelzellen in Längsrichtung und in der Mitte zirkulieren. Epithelübergänge kommen sehr häufig vor. In der Lippe, also wie gesagt an den Körperöffnungen, Lippe, Rektum. Oder auch wenn wir im Verdauungstrakt tiefer gehen, dann im Kardiabereich oder auch im Zergixbereich. Ja, Urethra ist auch eine relativ lange Struktur und weist auch Epithelübergänge auf im Prostata-Schnitt und auch im Penis-Schnitt. Das können wir Epithelübergänge sehen. Hier kann der Übergang sehr scharf sein, wie zum Beispiel im Kardiabereichschnitt. In der Prostata oder im Penis ist der Übergang nicht immer so scharf sichtbar. Magendarmtrakt. Wir haben zahlreiche Schnitte aus dem Magendarmtrakt und damals haben wir darüber gesprochen, wie man diese Schnitte voneinander unterscheiden kann. Sehr wichtig ist also nochmal, dass hier wir sehr schön die einzelnen Schichten voneinander unterscheiden können. Oder es gibt nur hier eine Lamina muskularis mucose, das kann auch helfen. Im ganzen Magendarmtrakt gibt es Drüsen in der Lamina propria und das enterische Nervensystem erscheint auch in jedem Schnitt. Obwohl die Nervenzellen nicht in jedem Schnitt erkennbar sind. Man muss dann nach Zoten suchen und wenn Sie Zoten sehen, also da sind diese Ausstückungen der Lamina propria, dann haben Sie bestimmt einen Dünndarmschnitt mit dem typischen Epithel des Dünndarms. Ein 3S hochprismatisches Epithel mit Mikrovilli und mit zahlreichen Becherzellen. Und dann, wenn Sie sich die Sognmukose anschauen, dann können Sie die drei Teile des Dünndarms voneinander gut unterscheiden. Wenn Sie keine Zoten sehen, dann kommt der Dickdarm oder der Magen in Frage. Dickdarm hat dasselbe Epithel wie Dünndarm im Magen, aber haben wir ein sezernierendes Oberflächenepithel und es fehlen sowohl die Mikrovilli als auch die Becherzellen. Wie kann man also Magen vom Kohl unterscheiden? Hier wäre es wichtig, die Schleimhaut gründlich anzuschauen. Und wenn Sie einen Schritt aus dem Korpus oder Fundusbereich des Magens haben, dann werden Sie sehr schön drei Zonen quasi in der Schleimhaut voneinander unterscheiden können. Das liegt darin, dass im oberen Drittel die Foveole gastricae in anderer Farbe erscheinen als die darunter liegenden Drüsen, die wiederum in zwei Zonen gegliedert werden können, weil unten sie eher basal aussehen aufgrund der Hauptzellen und in der Mitte die Drüsen relativ weißlich sind, also sich nicht so besonders gut anfärben, wegen der hier vorkommenden Nebenzellen. Im Pyrorusbereich aber sehen wir nur zwei Etagen. Die oberste, die obere entspricht den Foveolen, das ist also diese eosinophile erscheinende Schicht mit HE und darunter erscheinen die Drüsen weißlich-freulich. Ja, Kardiaschnik gibt es noch vom Magen, aber dort ist der Epithelübergang sehr gut erkennbar und das hilft bei der Erkennung. Im Kolon sehen wir aber nur, also ist die Schleimhaut einheitlich, weil hier die Drüsen, die Krypten ganz bis zur muskulare Smukose hinunter reichen und es fehlen die Zoten. Sehr häufig sind, und das ist eine weitere Hilfe, sind die Krypten im Querschnitt sichtbar in den Kolonschnitten. Es kann auch die Frage vorkommen, ob der Schnitt aus einem Rohorgan ein Längsschnitt oder ein Querschnitt ist. Und das kann man entweder so feststellen, wenn wir die Muskelschicht beachten, im Magen-Darm-Trag finden wir nämlich außen die Längsmuskelschicht, innen die Längsmuskelschicht und je nachdem welche im Längsschnitt erscheint, können wir die Frage beantworten. Also auf diesem Bild zum Beispiel sehen Sie die äußere Längsmuskelschicht im Längsschnitt. Also das muss ein Längsschnitt sein. Aber wenn Sie immer noch unsicher sind, dann können Sie nach Falten suchen. Falten sind diese Ausstürkungen der Submucosa, aber die Falten sind zirkulär geordnet und deshalb erscheinen die Falten nur in einem Längsschnitt. Wenn Sie einen Querschnitt haben, zum Beispiel auf diesem Bild ist das der Fall, dann werden Sie die Falten nicht sehen und die Muskelschicht erscheint auch umgekehrt. In vielen Schlitten ist die Schleimhaut gefaltet. Also nicht nur im Dünndarm sieht man diese Ausstürkungen der Lamina Propria, sondern zum Beispiel in den Gallenblasern kann man eine sogenannte gefaltete Schleimhaut erkennen. Und die Gallenblase ist aber sehr gut, sehr leicht am Epithel erkennbar. Hier sieht man nämlich dieses einreihige hochprismatische Epithel sehr schön. Die Zellen sind sehr regelmäßig angeordnet. Und es gibt noch andere Merkmale. Im Eileiter ist die Schleimhaut auch besonders gefaltet. Sie sehen diese Schleimhautfalten so inselförmig im Lumen. Aber der Schnitt aus dem Eileiter ist immer ein Querschnitt und wir werden dann immer einen Lumen in diesem Schnitt sehen. Und nur ein Lumen im Vergleich zum Samenbläschen, wo die Schleimhaut ebenfalls gefaltet ist. Aber wir mehrere Lumina hier sehen und das liegt darin, dass diese Drüse ein sehr stark aufgeknäuertes Gang ist. Und wenn man dann einen Schnitt von einem solchen Organ macht, dann bekommt man natürlich mehrere Richtungen. Atemwege, wenn sie einen Schnitt aus einem Organ der Atemwege hat, dann werden wir immer dieses respiratorische Epithel sehen. Im Kehlkopf sieht man allerdings einen Bereich, wo das Epithel mehrschichtig unverhornt ist. Also in der Plika vocalis. Aber im Kehlkopf, also was hier das Problem meistens ist, dass die Studierenden den Kehlkopf mit der Trachea verwechseln. Eigentlich ist im Kehlkopf diese Gliederung in Vestibulum, Ventriculus und Carum subloticum relativ typisch. Mit den beiden Falten, also Plika vestibularis und vocalis. Aber im Trachea schnitten kann man manchmal auch Einstürfungen der Schleimhaut sehen und das kann ein bisschen irreführend sein. Am besten ist es, wenn sie nach der Muskulatur hier suchen und wenn sie Skelettmuskeln in großer Menge im Schnitt sehen, dann das spricht für Kehlkopf und in der Trachea kann man hier im hinteren Bereich immer glatte Muskulatur sehen. In Klammen sage ich, dass in manchen Tracheaschnitten außen die infrahialen Muskeln in den Schnitt rein, also im Schnitt vorkommen können, die auch Skelettmuskeln sind, aber die Menge der Skelettmuskulatur ist dann nicht so groß und man muss immer diese glatten Muskelzellen hier im Schnitt finden. Die Lunge ist, glaube ich, eindeutig leicht erkennbar aufgrund der zahlreichen luftgefüllten Alveolen, die in unterschiedlich großen Querschnitten immer erscheinen und man kann natürlich Querschnitte von den verschiedenen Teilen des Bronchialbaums erkennen. Hier möchte ich betonen, dass Sie die Bronchioli, die auf dem sichtbaren Bronchioli von Bronchi unterscheiden müssen. In Bronchi kommt noch Knorpel vor, in den Bronchioli nicht. Und der Durchmesser hilft auch, wenn Sie unsicher sind, ob Sie in der Wand Knorpel sehen, dann müssen Sie auch ein bisschen den Durchmesser beachten. Okay, also wie ist es mit den Parenthymorganen? Also wie gesagt, sehen wir sogenannte organspezifische Zellen in diesen Organen und diese sind meistens umkapselt und es reichen sehr häufig Windegewebssekten dann aus dieser äußeren Kapsel in das Organ hinein. Und sehr häufig wird das Organ auch in Läppchen oder in Lappen gegliedert oder häufig in eine äußere Rinde und in ein inneres Mark. Aber die organspezifischen Zellen sehen typisch aus und meistens ist das kein Problem, diese Schnitte zu erkennen. Die Leber zum Beispiel mit zahlreichen Gefäßen, typisch geordneten Gefäßen kann man leicht erkennen. Oder die Niere mit dieser Gliederung in Rinde und Mark. Und man kann dann sehr gut mit kleiner Vergrößerung in den Rinde diese abwechslend vorkommenden Bereiche, Markstrahlen und Rinderlabyrinthe voneinander unterscheiden, wo auch diese typisch rund aussehenden Glomeruli und Nierenkörperchen vorkommen. In der Niere gibt es dann zahlreiche Merkmale. Hier möchte ich betonen, dass Sie die verschiedenen Teile der Nephrone kennen müssen und auch wie diese Teile historisch erscheinen und wo diese verschiedenen Teile des Nephrons in der Niere vorkommen. Das liegt nämlich im Hintergrund davon, wie die Niere erscheint. Also die gestreckt verlaufenden Kanälechen sind entweder im Mark oder in den Markstrahlen zu finden und die gekneuerten, die gewundenen Kanälechen im Rinderlabyrinth. Die Speicheldrüsen, also die verschiedenen Drüsen müssen wir auch voneinander unterscheiden. Die großen Speicheldrüsen unterscheiden sich voneinander darin, was für Endstücke in diesen Drüsen vorkommen. Also die Parodis ist rein seriös, dann die Glandula Submandibularis eher seriös. Aber hier kommen auch schon mucköse Endstücke vor. In der sublingualen Drüse sehen wir hauptsächlich mucköse Endstücke. Und in jedem Schnitt, also in jeder Drüse, Speicheldrüse, sehen wir ein sehr gut entwickeltes Ausführungsgangsystem. Und diese erscheinen, die verschiedenen Gänge erscheinen unterschiedlich. Und das spricht immer für eine Speicheldrüse. Im Pankreas zum Beispiel, das ist auch keine Drüse. Aber hier, wenn wir jetzt von der Langerhansinsel absehen, dann können wir auch in dem exoklinen Teil sehen, dass die Ausführungsgänge nicht so zusammengesetzt sind. Also es fehlen zum Beispiel die Streifenstücke hier. Und es gibt noch andere Merkmale der Endstücke, die dabei helfen, Pankreas von einer Speicheldrüse, also von der Parodis, zu unterscheiden. Thymus möchte ich hier noch erwähnen, weil, obwohl hier natürlich keine Endstücke vorkommen, scheint dieses Organ auf den ersten Blick ein bisschen ähnlich mit einer Speicheldrüse zu sein. Aber hier fehlen natürlich die Endstücke und hier fehlen natürlich auch die Ausführungsgänge. Und mit stärkerer Verbesserung kann man die Lymphozyten und auch diese Hassarkörperchen gut erkennen. Bei Brustdrüsen gibt es zwei Variationen. Entweder sehen wir die nicht laktierende Brustdrüse und es gibt auch eine laktierende. Und die Unterschiede sind sehr groß. Also in einer nicht laktierenden Drüse sehen wir nur rudimentäre Endstücke und Ausführungsgänge. Und der Schnitt ist eher mit Fettgewebe, mit Bindegewebe ausgefüllt. Und diese Endstücke und Gänge bilden nur kleine Inseln. In der laktierenden Drüse sehen wir fast ausschließlich Acini, also Endstücke, die weitlumig sind und die auskleidenden Zellen sind sehr typisch mit Lipidtropfen versehen. Und man sieht nur vereinzelt einige Ausführungsgänge in diesem Schnitt. Ja und diese laktierende Brustdrüse gehört auch zu den weitlumigen Drüsen. Und weitlumige Drüsen kann man noch in anderen Organen erkennen. In diesem Semester sind die Prostata und die Uterusschnitte typische Beispiele für weitlumige Drüsen. In beiden Organen sind diese Drüsen mit glatten Muskelzellen kombiniert. In der Prostata sind die Drüsen aber mit diesen glatten Muskelzellen auch verflochten. Also die Drüsen sind eingelagert in ein Stroma, das aus glatten Muskelzellen und schlafen Mindergewebe besteht. Also hier sind Drüsen und glatten Muskelzellen gemischt. Im Gegensatz dazu im Uteruss sehen wir die Drüsen im Endometrium, also in der Schleimhaut. Die glatten Muskelzellen erscheinen im Myometrium, also die beiden Gewebe sind voneinander getrennt. Wir haben aber bei Uterus mehrere Möglichkeiten. Wir haben mehrere Uterusschnitte aus den verschiedenen Phasen des Zyklus. In jedem Schnitt sehen wir allerdings ein einreihiges hochprismatisches Epithel mit Kinozilien und die Drüsen sind immer einfach tubulär und sind im Endometrium in einem Stroma eingelagert zu finden. Und separiert davon erscheinen dann die glatten Muskelzellen im Myometrium. Ich habe hier einige Anhaltspunkte dafür zusammengestellt, wie sie dann die drei Schnitte voneinander unterscheiden können. Wichtig wäre hier, dass nicht nur die Drüsen, sondern auch das Stroma sich verändert. Und im schwangeren Uterus kann man dann sehr gut dieses dicke Stratum Compactum erkennen. Lymphatische Organe. In den lymphatischen Organen können wir Lymphfoliken häufig sehen, aber nicht unbedingt. Es gibt auch solche Organe, wo wir keine Lymphfoliken sehen und das ist Thymus. Und bei Thymus kann man aber die Rinde und Mark relativ gut erkennen und wie früher schon erwähnt mit stärkeren Verbesserung die Hassalkörterchen. Wenn wir Lymphfoliken sehen, dann kommt entweder der Lymphknoten oder Milz oder Tonsillen in Frage. Bei den Lymphknoten kann man immer eine schöne Bindegewebskapsel sehen und die Foliken kommen immer in der Rinde vor, im Mark aber nicht mehr. In der Milz sind die Lymphfoliken verstreut in der roten Pulpa zu sehen. Also die Lymphfoliken mit dem Pals bilden die weiße Pulpa und sie sind so verstreut in der roten Pulpa zu sehen. Und das ist auch sehr typisch, dass die Zentralarterie die Lymphfoliken durchsticht. Wie früher schon erwähnt haben wir auch Tonsillenschnitte. In diesen Schnitten sind die Foliken in der Schleimhaut eingelagert. Also bei Tonsillen werden wir immer ein Epithel, ein Oberflächenepithel sehen. Und die verschiedenen Tonsillen können wir voneinander so unterscheiden, wenn wir uns die darunter liegenden Schichten anschauen. Wir haben auch spezielle Schnitte mit speziellen Färbungen, das kann auch helfen. Wenn Sie zum Beispiel einen Schnitt mit Pash-H sehen, dann kommen solche Organe in Frage, die mucöse Drüsen enthalten. Also solche Strukturen, die Schwein produzieren, beim Magen oder in der Glendula sublingualis zum Beispiel. Wir haben auch als Sangefärbte Schnitte meistens in solchen Fällen, wenn wir die epithelialen Strukturen von Bindegewittsstrukturen unterscheiden möchten. Oder mit Fuxin sind die Schliffpräparate angefärbt in diesem Semester, der Zahnschliff. Oder Ozein wird dann benutzt, wenn wir elastische Fasern zeigen möchten in der Lunge. Von der Lunge haben wir in diesem Semester einen solchen Schnitt. Nach BH-Diaphorase kann man für Nervengewebe benutzen. Und Versilberung wird in diesem Semester in solchen Fällen benutzt, wenn wir interzelluläre Spalten sichtbar machen können. Und die Gallenkapillaren zum Beispiel erscheinen sehr schön mit dieser Methode. Wir haben von der Leber und von der Nieren Schnitte, wo vor der Färbung die Gefäße mit Dusche aufgeführt wurden. Und mit dieser Methode können wir die zahlreichen Gefäße sehr gut sichtbar machen. Das kann auch vorkommen, dass aus einem Organ wir mehrere Schnitte haben. Das heißt aus mehreren Präparaten. Und hier zum Beispiel von der Speiseröhre können wir auch einen Querschnitt haben. Oder aus einem anderen Block sehen Sie hier einen Längsschnitt. Oder von Duodenum. Bei Duodenum kann das auch der Fall sein. Also beide sind hier Junumschnitte. Sie stammen allerdings aus unterschiedlichen Gewebeblöcken. Oder im Fall von Ileum. Bei Ileum möchte ich hier noch betonen, dass diese Perleplugs nicht in jedem Schnitt so schön dichtgepackt erscheinen. Wahrscheinlich ist dieser Schnitt kein menschliches Präparat. In dem menschlichen Ileum sind die Lymphozyten eher so verschmurzend. Also die Lympholiken sind verschmurzend in der Submucosa. Aber sie füllen fast die ganze Submucosa aus. Bei Uriete kann auch ein solcher Schnitt vorkommen, wo das Lumen nicht so sternförmig ist. Und Plazenta kann auch entweder aus dem Frühstadium sein oder aus dem Spätstadium. Hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Hier auf diesem Schnitt rechts sehen wir eine sogenannte reife Plazenta. Wo dann bestimmte Strukturen besser, andere weniger gut erscheinen. Und andere sind in der frühen Plazenta besser erkennbar. Also in der frühen Plazenta sehen wir zum Beispiel die Dezidua besser. Es kommen mehrere Plazentasetten vor. In dem Spätstadium aber können wir die erwähnten Strukturen nicht so gut erkennen. Bei Prostata ist das wieder der Fall, dass wir solche Schnitte haben können. Das sind jetzt Querschnitte von der Prostata, wo wir die Uretra im Schnitt haben, aber die anderen Gänge nicht. Es gibt aber solche Schnitte auch, wo wir nicht nur die Uretra im Schnitt sehen, sondern auch die beiden Dutus ejaculatorius. Und es gibt auch einen solchen Schnitt, wo wir extra noch den Utriculus prostaticus im Schnitt sehen. Also Uretra, dann die beiden Dutus ejaculatorius und auch der Utriculus erscheinen im Schnitt. Und bei Penisschnitt müssen Sie immer überlegen, von welchem Teil des Penis der Schnitt gemacht worden ist. Also wenn wir von dem ganz distalen Bereich der Glanz den Schnitt machen, dann sehen wir nur das Corpus Pongiosum im Schnitt und Präputium erscheint eindeutig. Wenn wir ein bisschen mehr nach Proximal gehen, dann erscheinen die Corpora Cavernosa auch schon in der Mitte des Schnittes. Und das wird aber dann komplett mit Corpus Pongiosum umschlossen. Im Corpus Pongiosum erscheint immer die Uretra. Und auch auf der Oberfläche sehen wir auch in diesem Fall das Präputium. Und ja, wir haben auch solche Schnitte, wo die aus Neugeborenen stammen. Und hier ist das Präputium noch nicht von der Oberfläche der Glanz abgelöst. Das ist typisch für diesen Schnitt. Und hier kann man Corpus Pongiosum und die beiden Corpora Cavernosa auch sehr gut erkennen. Und in diesem Schnitt kommt in der Uretra der Epithelübergang auch vor. Ja, also ich möchte mich bedanken und ich hoffe, dass mit dieser Vorlesung es ein bisschen leichter ist, dann die Schnitte voneinander zu unterscheiden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.